Nach dem Passerfest ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten mit ganz alten Olivenbäumen, der Garten Gethsemane. Es war schon dunkel. Jesus sagte zu seinen Jüngern, bleibt wach und betet mit mir. Wir werden diese Nacht auf eine schwere Probe gestellt. Aber die Jünger waren müde und schliefen ein. Jesus ging tiefer in den Garten hinein und warf sich auf die Erde. Er betete zu Gott. Mein Vater, hilf mir. Ich habe Angst. Wenn es sein kann, erspare mir das bittere Leiden. Lass mich noch nicht sterben. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.